Guten Abend und willkommen zu Anno 1800, die Closed Beta. Ich entschuldige mich schon mal eben vorerst, wenn ich anfange rumzuschnupfen und rumzuhusten. Ich bin immer noch erkältet, versuche aber das Spiel trotzdem zu genießen. Auch mit einem starken Mangel an Sauerstoff. Äh... Ja, gut. Na, komm schon. Lade. Ich möchte das Spiel spielen, bevor die Beta vorbei ist. Ich habe mir natürlich ein bisschen Tee gemacht. Da soll meine Stimme etwas aufrechterhalten. Von vielen Reden kriege ich auch jedes Mal einen unglaublich trockenen Hals und ja. So. Äh... Falsche Insel erstmal. Ähm... Ach ja, Cain Food Deliveren. Ich weiß nicht, ob ich noch welches da habe. Habe ich sieben Stück da? Fünf. Die Präzion geht hoch, aber... Oh, ey. Das ist aber wenig, äh, viel hier. So, setzen wir zum Verkauf an. Wird immer bei 90 bleiben, weil... So, genau. Die Präzion geht hoch, äh... Oh, da passiert schon was Neues. Okay, was haben wir bei der Explosion? Der Inspektor. Zu laut, zu laut. I hope you have nothing to hide, smirk's the real inspector, as his soldier helped him aboard from the rowboat. Sailor's Twitch. The ship is, äh... zertrain of control... Can... 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 Can majesty low. Signed it has an... Roached into the... Demolateral's Water. So, talk him out of the inspection. Ja, versuchen wir mal. So, save your breath, Windbag, says the inspector with an air of man. Verliere ich Moral? Bitte nicht. Show me the damaged ship or show me the exit. Okay. Ja, Futter. Futter erfreut ihn. Alter, ich habe keinen Futter mehr. Kann ich? Einen wegnehmen? Nein. Machen wir so. Nee. Wir müssen das ganze Essen opfern. Was auf der Land ist für Landformen. Was auf der Seine ist mein Geschäft. Äh... Lads ist äh... Kratzer über den Clipper. Was erwartet ihr? Er hat äh... Er hat seine Männer. Wenn sie... Er hat seine Männer. Er hat seine Männer. Er hat seine Männer. Er hat seine Männer. Äh... Versuchen wir. Es... Die Expeditionen sind kacke. Die verlaufen richtig kacke. Das funktioniert gerade gar nichts da. Ich verliere ihre Ressourcen und verliere Zeit. Äh... Die... Die will Jacken kaufen. Hast du... Eine interessante Mission für mich? Pickup. Äh... Achso, ich soll... Ich soll ein Schiffchen rüber schicken. Ja, dann machen wir das mal. Gut. Ich brauche wieder mehr Schiffe. Ich habe nicht ausreichend Schiffe. Oh, das kann ich bauen. 30 Segel brauche ich. Äh... Gut, dann lassen wir mal... Wo ist denn die Segelmacherreich? Dann kannst du auch wieder... Oh, mir fehlen Leute. Na gut, das kann ich ja... Das kann ich gut arrangieren. So, hier. Äh... Ein paar von denen auch entwickeln. Gut. Das... Sieht gut aus. Ich habe sehr viele Farmer. Vielleicht schauen wir, dass ich jetzt mit den nächsten Schritten, äh... Meine Gelehrten noch auf eine hohe Stufe zu bringen. Äh... Welche Gebäude könnte ich noch... Ne. Am besten dich hier... Dich hier in der Umgebung. Die in der Nähe von den ganzen... Krankenhäusern und dem ganzen... So, 1200 habe ich. Wir wollen ja die 1500 erreichen. Damit das auch wirklich klappt. Oh, das ist... Wenig. Ja. Dann bleiben wir erstmal so. Und die beiden... Äh... Die beiden setze ich kurz hoch. Perfekt. Äh... Unsere Geldeinnahme ist immens hoch. Kann ich... Das einstellen zum Kaufen? Ja. So, machen wir erstmal so. Machen wir erstmal, dass das hier jetzt mal 20 sind. Na, 19 oder 20. Ist das Klopapier? Cartoonfabrik. Ah, okay, gut. Stoff. Die wollen unbedingt Klopapier. Äh... Ein Schiff ist gerade rüber unterwegs. Das kann ich nicht bauen, weil ich immer noch Steinmangel habe. Und vor allem Eisenstangenmangel. Aber ich möchte jetzt nicht noch eine Fabrik für die... Für die Produktion herstellen. Ich glaube... Ich glaube... Ich lasse es mal einkaufen. Machen wir so 50 jedes Mal, okay? Ne, nur einkaufen. Genau. Und Stein auch. Ich habe glaube ich... Ja, Stein lasse ich erstmal. Ich habe ja hier auch eine Zielgesteinproduktion. Uh, die... Die ist gut. Kann ja mit dem nächsten Schiff das auch ganz... Das kannst du auch abholen. Äh... Hier entwickle ich erstmal nichts. Mh... Ja, ich mache mal eine kleine Farm mit Stoff. Damit ich das... Nicht auch ständig rüberfahren muss. Wo würde das gut hin passen? Hier ein paar kleine... Kleine Fabriken, oder? Oder eher da oben. Machen wir da oben was. Äh... So. Jetzt müssen wir sowieso hier hoch. Und... Ich platziere... Dann hier ein kleines Häuschen. Das mal kurz austesten. Boah. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ähm... Wie platziere ich das? Dann müssen so ein... Einen hier. Und... Einen hier. Ähm... Dann... Noch ein höher. So. Eins... Zwei... Drei. Ähm... Gut. Und dann ein... Small Warehouse. Kleines Warenhaus. Hier hin. Genau. Dann kann das schon mal... Dann kann das schon mal hier ein bisschen alles arbeiten. Und parallel... Passives Versorgen für sich erstellen. Äh... Ich brauche noch mehr Leute. Gut, das... Ich glaube... Es ist... Bald... 1.300. Äh... Die sind ja die neuen. Ja... Die sind ziemlich... Also bei 26 sind die jetzt. Für... Hier steigen die erstmal nicht an. Ähm... 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 Sie können jetzt... Ihr Island... Moment... Bitte was? Äh... Ich möchte... Okay... Wie viel Zeit bleibt mir dafür? Drei Minuten. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, oder? Vier. Nö. Na? The deeper you go. Äh... Baldablocker and Trace... And the... Äh... Bodytrapped Corridor. Typical Mayan Temple. After a fall down... A slide... And a crash into a... Uncharted's... Caves. Your team... Of explorers... Joke... Jokes... About the situation... In attempt to forgot its... Deathly aspect. Do you know what people say... Of Mayan mazes? The deeper you go... The shiner it gets. Äh... Success chance. 25% The obvious traps are easily invaded. The... Rundown Bridge. The sailors contain themselves to avoid sharp stones and platter triggers. Flowing through the corridor with easier of seasoned explorers or cut purses. They quickly reach the pocket of the temple. A vast chasm. Crossed by a meagre bridge with a... Handrails. Could this be a trial of courage? Uh... Climb down the... Cross the run down bridge. Success chance. Success chance zero. Okay. Beides is behindered. I've given up my paper. I don't want a dead man's chest. Please! Nothing reward your sailors' recklessness. Uh... It's unclear whether the bridges is shaking because of its own... Frailty or because of your explorers. Okay. Ähm... Come, we come, we can heim. Dosenfutter... Hat jemand Dosenfutter zu verkaufen? Auch nicht. Hier vielleicht. Auch nicht. Ah, yes. The bright young sapling. Äh... Gut. Ich hab hier was bekommen. Und wo soll ich das jetzt hin liefern? Ach, da hoch. Okay. Zu dem Schiff hier. Das nächste Schiff wird dann das hier erstellt. Hat es hohe... Damage oder so? Hitpoint. Navigation 2. Constructed Costs. Ähm... Wie teuer ist das denn? Schienen hier die Kosten? Oh, das könnte ich sogar auch herstellen. Ich kann beide herstellen. Äh... Chart Slot 3. Item Slots. Okay. Das ist eher so ein Frachtschiff. Damage da. 53. Oh! Das ist ein starkes Schiff. Das ist ein sehr starkes Schiff. Äh... Schauen wir mal weiter. Ähm... Können wir hier was neues aufbauen? Nö. Das dauert noch. So. Hier ist... Äh... Unser Zoo können wir ja auch noch nicht besetzen. Wir haben auch überhaupt keine Tiere. Gar nichts. Kein einziges Tier. Wo kriegen wir die Viecher her? Äh... Äh... Okay. Hm. Okay. Das kann ich so hinbauen? Will ich das so hinbauen? Ja. Dann kann ich das... Upp... Dann baue ich das... Auch hier hin. Ja. Somit... Somit war es das erst mal. Dann können die eigentlich auch ausgeschmückt werden. Jep. So. Hast du was für mich zu verkaufen? Nö. Oder du? Ne. Mit dir habe ich überhaupt keinen Handelsvertrag. Äh... Wo ist mein Schiff? Du sollst auch... Schön da... Nicht hinterher sägen. Hör auf. Eine verloren Welt. Oh, gut. Hä? Wofür habe ich denn jetzt die Mindestpunkte bekommen? Naja. Ich lasse dich... Hier. Gut, 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 gut. Ähm... 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 Aber ich frage mich, ob sie viel über die Träne wissen. Ob das jetzt ausreicht. Äh... 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 Nies-Attacke. 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 Äh... Das ist... Ah, nur. 1800. Die erkältete Version. Boah. Mir hat es richtig schlimm erwischt. Ähm... Ja... Nein. Immer noch 1300. Aber ja, gut. Machen wir mal. Uff... Das ist... Das ist eine große Stadt. Das ist eine echt große Stadt. Ähm... Genau. Ich wollte hier auch noch jetzt... Soll ich auch selber Stoff... Äh... selber Klamotten herstellen. Hä? Ja. Ich hab nichts bekommen. Ich hab's schon verstanden. Muss es mir nicht unter die Nase reiben. Ich hab auch nicht mehr so viele Ressourcen, dass ich die nochmal losschicken könnte. Vor allem das Dosenfutter ist super teuer. Hm... Hierhin, hierhin. Da oben in die Ecke. Machen wir so. Okay. So. Wow. Wieso geht's so weit weg? Du kannst also einfach hier dein Neapol. Das ist der Weg der Farmerscheid. Hopp-di-hopp-di-hoi. Gut. Äh... Die Klamotten werden hergestellt. Alkohol liegt bei 31. Sehr gut. Das ist low. Ja. Super. Ähm... Ich kann immer noch nichts Neues bauen. Ein Krankenhaus habe ich schon gebaut. Ja. Komm schon. Beeilt euch mit dem... Mit der Anzahl an Leuten. Wie viel fehlen mir noch? Uh, nur irgendwie ganz wenige. Aber das schaffe ich nicht. Ich muss Egetwo diese blöden Jacken hier bekommen. Genau das hier. Egetwo muss ich die hier bekommen. Und das sind ja nur die einzigen Parteien, die mit mir auch... Ja ne. Das... Das würde mir nicht springen. Ich glaube... Genau. Die Quest ist verkackt. Ähm... Mit dir würde ich... Gerne... ... wieder eine Quest machen. Ja. 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 Äh... Schnauze. Was ist... Was ist mein Problem, wenn du einen Hirntumor hast und mir Quests gibt, die nicht ausführbar sind. Schnauze. Schnauze. Schon wieder? Schon wieder dasselbe? Oh ja. Der... Da... Das Schiff ist hier. Okay. Gut. Das hat funktioniert. Sehr gut. Das ist schon bei dem Bug das jetzt auch. Okay. So. Äh... Was mit den Piraten? Die segeln nur im Kreis um ihre eigene kleine Furzinsel hier rum. Und es passiert absolut nichts. Kann ich die Station hier angreifen? Ja, natürlich war sie ja auch. Aber... So, was ist hiermit? Oh, das kann ich kurz weg alles umladen. Sehr schön. Äh... Konservendosen. Ich würde jetzt noch nachschauen, ob... Vier. Ha. Die Produktion ist sehr, sehr klein. Äh... Ich glaube, ich werde die einkaufen. So. 25. Wo? Ah. Ja gut, das ist mein Pech. Das ist mein Pech. Das habe ich nicht bedacht, dass ich da auch ein Feuer... ein Feuerwehrhaus hinbauen sollte. Das habe ich nicht bedacht, dass ich da auch ein Feuer... ein Feuerwehrhaus hinbauen sollte. Ähm... So? Oder eher nur so. Machen wir so. Okay. Genau, jetzt haben wir eine kleine Feuerwehr hier. Hier ist doch auch noch ein Feuerwehrhäuschen. Ja... Da. Das... Das versorgt aber hier die... den hinteren Bereich nicht so gut. Kann das explodieren? Nein. Okay. Wegen den ganzen Kuh-Fürzen höchstwahrscheinlich. Die gefährlichen Kuh-Fürze. Ähm... Wie viele Leute noch? 34. Nur noch 70 Leute. Kriegen wir das irgendwie in 70 Leute zu... zu bekommen. So, machen wir mal. Sonst kommen wir hier in dem Game nicht weiter. Ähm... Okay. Sehr schön. Ähm... Und dann machen wir mal die... schönen Steinstraßen. Damit die... wenn doch Feuer ausbricht... das Ganze auch nicht zu lahmarschig vor sich hingeht. Okay. Ah... Hier gibt wohl sonst noch... Äh... schlechte Straßen. Ja... Diese... Diese Strecke hier... hat sehr schlechte Straßen. Okay. Das sieht schon mal besser aus. Noch hier... Hier im Inneren sind die Straßen immer noch sehr kacke. Ist ja... Ist ja wie in Deutschland. Da haben wir auch hier... alle Straßen mit Lächern. Ähm... Gut. Ja gut. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir keinen Stein mehr. Aber egal. Jetzt haben wir etwas bessere Straßen. Wie ist die Feuerwahrscheinlichkeit? Okay. Low. Das ist immer noch super. Das ist immer noch super. Okay. Ähm... Wir haben keinen Stein. Ich glaube, das wird nicht ausreichen, um uns... hochzuentwickeln. Aber wir können diese Häuschen hier... hochpushen. Das braucht ja nur Holz. Okay. Wie viel noch? Noch 50. Das... Ähm... Ja, da fehlt uns... Da fehlt mir der Stein. Okay. Dann warte ich das ganz kurz... ganz kurz ab. Ähm... Na? Ich würde gerne das Schiff auswählen. Hä? Okay. Neutra Party. Schön. Muss ich eins von diesen Schiffen auswählen? Äh... Äh... Da fehlt mir Stein. Okay. Aber ich glaube... Nur noch... Nur noch ein Haus. Ja. Noch vier Leute würden da einziehen müssen. Okay. Das wird ja gehen. Ich muss kurz... kurz noch... jetzt anschauen. Wie ist es mit dem Kanister? Okay. Das ist immer noch sehr, sehr low. Aber alles andere... Alles andere ist auf einem sehr guten Level, oder? Seife ist bei 64. Was? Brot so niedrig? Wie... Wie... Wie kommt das denn bitte? Wie kommt das denn bitte? Wieso habe ich da nichts mitbekommen? Ähm... Das ist sehr schlecht. Das ist wirklich sehr schlecht. Okay. Ne. Moment. Kann ich das hier... hier so drüber bauen? Ne. Das passt nicht. Okay. Ähm... Ja. Mal schauen. Up, 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 up. Ein bisschen länger. Sehr gut. Okay. Mal schauen, dass Getreide ein bisschen gegenwirken kann. Ähm... Und ich muss noch ein... Ich muss noch zwei Häuser entwickeln, damit das... damit das klappt. Noch ein Haus. Okay. Ähm... Wir haben Brotprobleme. Wir müssen Brot kaufen. So... Machen wir... Machen wir 30. Wieso? Ich habe es überhaupt nicht gemerkt, dass wir so viel Brot verloren haben. Fisch ist gut. Alkoholjacken ist gut. Wurst ist noch gut. Hm. Okay. Hier fehlt Holz. Für das schöne Kampfschiff. Schwung! Ah! 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 Okay, ähm... Oh, jetzt kann ich es herstellen. Okay. So. Die Herstellung. Hier. Ah! Ah! Alte Minus... Okay. Das ist... Das ist sehr schlecht. Die Leute sind höchstwahrscheinlich sehr schlecht gelaufen, weil wir kein Brot haben. Okay, ähm, wo kriege ich auf die Schnelle Brot hier? Ne, hier kriege ich eine Metalle. Bei dem kriege ich, glaube ich, gibt es also Brot für mich zu verkaufen? Oder gehe ich gleich bankrott? Weil ich darüber überhaupt nicht aufgepasst habe. Ne. Äh... Ja, das ist ein Problem. Auf 142, okay, ist das ein bisschen. Mal schauen. Hat sich was an den... Ne, falsches. Einer, okay, das ist immer noch sehr schlecht. Ja. 10%, 5%. Machen wir das hier. Und die Freude, Publish. Okay. Äh, der Klick nicht zufrieden. Äh, ja. Gut, wieso? Kann ich das hier entwickeln? Ne, da fehlt mir noch einiges in Ressourcen. Ich habe ein Problem mit dem Brot. Getreide ist sehr wenig. Somit ist auch... Für was verbrauchen wir denn so viel Getreide? Ach ja, für die Bierherstellung. Muss ich wohl noch ein Getreidehaus herstellen? Wo ist denn das hier? Wo ist Brot? Da. Ich glaube, das reicht nicht aus. Hm. Müssen wir es wohl so daneben packen? Ja. Gut. Dann müssen wir das Ganze erhöhen. Mal schauen. Mal schauen, wie das... Hopp. Okay. Ich hoffe, sehr... Ja, ja. Ja, ja. Komm schon. Kleiner Anstieg. Ich habe große Probleme. Ich habe gerade große... Brotprobleme. Wir haben Brotprobleme. Wer hätte das gedacht? Äh... Ja. Zumindest gehen wir gar nicht in Minus. Zumindest das nicht. Was ist hier? Alkohol ist echt wenig. Zwölf. Jacken gehen hoch. Das ist gut. Jacken gehen sehr gut hoch. Und hier ist Alkohol nur bei zwölf. Und ich glaube, hier habe ich Alkohol auf einem ziemlich hohen Stufe, oder? 37, ja. Mal schauen mal in den roten. Das hier. Ich kann ja Alkohol auf zwei erhöhen, oder? So. Und dann machen wir auch auf zwei. So, super. Okay. Gut. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser mit dem Alkohol versorgt. Habe ich sonst irgendwo Brot? Äh... Holz. Holz steigt hier sehr gut. Na ja, gut. Ich kann ja noch ein paar Häuschen mehr hinbauen. So. Ich brauche ja... Ich brauche ja auch mehr Häuser. Und eine Feuerwehr kann ich auch hier hin platzieren. So, ne? Okay, perfekt. Gut. Äh... Feuerwehr. Wo ist denn das Feuerwehrhaus? Hier. Will das gut klappen, wenn ich das so platziere? Äh... Links, rechts. Will ich gerade? Ja, machen wir mal so. Machen wir mal so. Okay. Ja, das wird dann zwar nur den Bereich versorgen. Moment. Wir machen das mal anders. Hier. So. Schon besser. Haben wir zumindest eine Feuerwehr. Na, haben wir ein bisschen Brot reinbekommen? Oh, wir haben Brot gekauft. Okay, gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Brot füllt sich wieder an. Das heißt, die Leute ziehen wieder nach. Ja. Sehr schön. Wir haben etwas Brot gekauft. Das heißt, wir kommen... Wieso geht das Getreide die ganze Zeit auf Null? Das geht runter, aber... Davon habe ich doch, glaube ich, nur ein einziger. Ja. Zwei brauchen wir nicht, weil... Die Bierherstellung ist, glaube ich, sehr guter Level. Ja. Nein. Wir haben zwei Brauereien. Und trotzdem kommen wir mit dem Bier nicht aus. Wo fahren wir denn das hier? Huh. Gut. Na, zumindest haben wir ein bisschen Brot. Okay, jetzt eins. Mal schauen. Ich hoffe, dass das sich jetzt stabilisiert. Was Problem ist, wenn einmal aus dem Konzept quasi raus ist, dann können Sie dann das alles abstürzen. So. Ihr habt alles. Village. Achso. Ja, das ist die kleine andere Insel. Na, kommt schon. Steig an. Wenn das wieder auf 100% ist, dann haben wir auch mehr Leute. Dann werden auch hier mehr Leute einziehen. Jetzt haben wir nur 24. Wegen der Brotknappheit. Hä? Wir haben kein Rum mehr? Bitte was? Was ist denn hier los? Ach ja, Arbeiter fehlen mir. Deswegen. Rum ist low? Was ist denn da passiert? Okay, so. Sie gehst kurz hier rüber. Und kaufst du den gesamten Ruhm auf. Ich weiß nicht, dass er sich jetzt so schnell verbraucht. Das würde er ein bisschen halten. Aber okay, okay, gut. Jetzt hat sie stabilisiert. Ja. Gut. Sehr gut. Das Schiff wird auch bald fertig sein. Die Anzahl der Leute steigt jetzt bei 1450. Die ziehen. Okay, wenn der Rum da ist, dann werden wir dann die 1500 erreichen. Sehr schön. Äh. Gut, dann kümmere ich mich kurz hier drum. Was, 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 was braucht ihr noch? Wo habt ihr Schwierigkeiten? Uh. Alkohol-Schwierigkeiten. Ja, hier gibt es einen kleinen Alkohol-Engpass. Na, habe ich Besuch? Ja, meine Stadt hat auch sehr, sehr schlechtes Ansehen. Ich weiß nicht genau, wie ich meine Naturität steigern soll. Kultur, Natur, Festivität. Kann ich das irgendwie Ornamente? Hm. Kann ich? Moment, wie? Wo ist die? Oh, das könnte ein Once-in-a-Lieftime-Trip sein. 201, Attraktivität. Äh. Quantpot Town. Wie ist das der Name? Fair City. Äh. Needed for next level. Okay. Was do I see here? Little Piles of Dogline. Pulitzer from Heavy Factories. Null. Null, null, null. Alles auf Positiv. Ich kann hier ein bisschen Kultur aufbauen, wenn ihr das wollt. Zwei, zwei Statuen oder so, so am Eingang. Äh. Oder geht's wo ums Gebäude hier rum. Habe ich hier geht's wo Lücken? Die so Lücken, die ausgefüllt werden müssen. Ja, hier zum Beispiel. Hier. Da habt ihr. Habt ihr ein Zeitungshäuschen. Sogar zwei. Und eine kleine Bank. Oder? Na, machen wir so. Sehr schön. Mal schauen. Immer noch null. Hier. Hier. Little Piles of Dogline. So. Komm schon. Beeil dich. Wir müssen rumkaufen. Hey. Ich hab mehr Leute. Ich kann jetzt Zeugs machen. Wieso kann ich noch nichts machen? Ach ja. Ich muss die entwickeln können. Moment. Notupgrade. Okay. Wie kriege ich das jetzt hin? Artisans. Island Population. Wann entwickelt sich mein Level? Ähm. So. Der Hunting Bereich ist das. Okay. Sehr schön. Der Hunting Bereich. Ähm. Okay. Hier einer. Mal schauen. Ich werde mal kurz so hier eine Linie ziehen. So. Genau. Der hat 100% oder? Ja. Und dann noch ein Hunting Bereich. Oh. Ist das alles? Okay. Beide wären bei 100%. 100%. Okay. Sehr gut. Und kann ich was daraus herstellen? Was brauche ich denn? Für Manufactory. Moment. Ich bin da etwas verwirrt. Ich glaube anscheinend. Also ich brauche ja natürlich beide von den Sachen. Was sind das für Zeichen? Äh. Konstruktion only in the new world. Ah. Ich muss die neue Welt entdecken. Ich habe jetzt so viele Leute, dass ich diese Bereiche aufbauen kann. Was auch immer das ist. Na. Äh. Genau. Was ist das? Das Museum. Äh. Okay. 50 Steine. Ich habe nicht genug Steine, aber das ist nicht schlimm. Wo ist mein... Genau. Mein Schiffchen. Ich würde gerne handeln. So 100, 150. Ah. Kaufen wir alles. Du kannst dann wieder zurück. Äh. Genau. Hier. Was? Boah. Ist das riesig. Und wie? Na. Komm schon. Dreh dich. Aber das versorgt die Bereiche enorm. Gut. Ja. Machen wir das da hin. Äh. Und es fehlt Stein. Das werden wir aber schnell zusammenbekommen. Ich glaube. Genau. Noch acht Steine. Also acht. Acht kleine Steine. Ne. Acht Tonnen glaube ich. Das ist alles in Tonnen. In Tonnen und Kisten. Äh. Hier ist ein bisschen noch Luftverschmutzung raus. Oder kommt es mir so vor? Was ist das? Äh. Kupfer. Okay. Also diese Ressourcen kann ich nur in der neuen Welt. Ich brauche. Wann ist dann endlich mein gutes Schiff fertig? Chart Slots. Höhere. Item Slots. Okay. Höhere. Damage auch noch. Das wird, das wird dann mein, mein Reiseschiff sein. Ähm. Ja. Na gut. Es dauert noch ein paar Minuten bis es fertig ist. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich kann da noch ein bisschen Politik treiben. Wie wäre es mit einem Geschenk? Ja, schön. Okay. Na, komm. Äh. Hm. Nö. Das sind alles negative Punkte. So. Ja. Ähm. So. Ähm. Kann ich mit euch irgendwas? mit ihr an likely okay machen wir mal hier mit ihm ich kann jetzt mit dem handeln wird ja auch ein geschenk geben ich möchte das auswählen wieso okay okay gut nur ein bisschen die ganze lage zu entspannen kommt schon noch eine tonne stein wo ist mein schiff so gerade unterwegs und das ist auch bald fertig wie viele minuten noch steht da die zeit irgendwo eine minute also zwei minuten zwei minuten da haben wir unser schönes 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 neues schiff ist nicht kürzer wenn ich da oben hingesegelt ich glaube ja ach das ist noch gar nicht aufgebaut mein fehler die neuen pr haben wir noch nicht was ist hier los das ist das problem wir brauchen noch eine fabrik für den chili kunkane wo ist es denn das hier passt das gut hier rein passt das besser hier rein dann wird das jetzt mal hergestellt kommen und ihr kriegt hier einen kleinen hübschen zaun genau das drehen wir vorbei so so jetzt sollte jetzt sollte die dosenproduktion ein bisschen ansteigen ach verdammt jetzt habe ich die steine verbraucht genau so alles alles rüber alles rüber los alles rüber und wir sehen kurz hierhin um die steine abzuholen aber hier werden jetzt nicht so unglaublich so doll benötigt aber wenn doch schön hergestellt gut das fell das fell wird auch hier genau das fell wird hier gut hergestellt moment ich kann schauen ob ich weiß nicht ob ich es bringt wenn ich noch einen dritten punkt hier aufbaue 92 moment wurde was was war das 100 punkte ja dass wir dann auch noch mal 100 soll ich das machen ich warte erst mal und mein schiff ist fertig wo ist denn das ja das ist das neue schiff okay moment bist du nein kann ich nicht mit dir das beladen wieso so langsam aber wunderschön wirklich schön das schiff das ist richtig schön geworden ich frage mich wie wir angreifen sollen ja noch mal das hier kann ich auswählen wenn hier was auswählen das packt immer noch rum haben wir items genau hier war glaube ich an übliche kippen trade union nähe ich bin ein schönes loading speed das ist nicht das was ich möchte das würde ich auf eins der andere schiffe hochladen wenn das wenn das jetzt gleich ankommt ja nehmen wir mal das hier gut da kurz noch mal drüber schauen unsere güter fisch sinkt ein bisschen alkohol sinkt brot ist wurst steigt anscheinend bier ist low okay wir brauchen wir haben wieder ein kleines problem das wir übersehen haben die leute saufen zu viel wie ist denn ich hier die feuerwahrscheinlichkeit okay so das eine schiff muss schon oben angekommen sein das können wir kurz mit genau mit steinen beladen alles rein alles wird ein brauchen alles und dann drunter mit ihr das schiff ist weggesegelt habe ich verpasst naja mein pech gut du bleibst erst mal vor anker mir ist es egal wir rufen wieder rufen mit ihr ist an die piratenschiffe sind immer noch baggy umgreifen nicht wirklich an dich könnte ich ja mit dem hier bildern oder loading speed ja hier perfekt gut dann gemeldet ich unnötig im konto hier rum da wo ist mein anderes schiff kommt kommt zu mir bitte was er botz haben auf ihr eiland er hat jetzt noch nicht mein land besitzt oder so oder ich glaube das ist dann eher eine kriegserklärung kannst ja versuchen können ja schauen so alles rüber gut 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 dann können wir das hier aufbauen wieso was gefällt dir nicht wieso pöbelst du rum was 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 hat jetzt nicht gefallen okay ja schauen wir mal dass der alkohol füllt sich wieder ein paar bier na ne ist immer noch null komm wir gehen auf einkauf machen wir so wieder 10 13 ist egal ist egal können wir das bauen und wird immer noch stein und stahl wie sieht es mit den kanistern aus immer noch sehr sehr wenig das ist das ist jetzt rum können wir nicht herstellen weil wir diese außenwelt die außenwelt fehlt uns quasi das können wir nur in der zweiten welt herstellen die rumproduktion wir brauchen zuckerrohr und hier brauchen wir kartun wir hätten dann diese jacken gehabt also ich hätte ja diese jacken von der einen quest holen können aber museum ist es wieder so ein teil wie wie das wieder zu dass ich hinter hinter etwas großes aufbauen muss kann ich ich kann das hin bauen ist die frage wie weit versorgt das ganze ok ich kann jetzt kurz drehen wir das klappen hier ist es zu groß ok museum moment ich werde kurz die straße anders verlegen so und hoffe ich dass das auch wirklich klappt nein 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 falsch oder so ok da da ist das museum das hier ist nicht verbunden ja dann machen wir das mal so ich habe einen kleinen fehler gemacht ne das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht so machen wir ein bisschen hier da paar kleine schönheitsreparaturen ja weil du mir keine gegeben hast so das ist besser und dann würde ich gerne die straße wieder hinbauen die kann dann wieder weg damit es auch hübsch aussieht na ne was so genau ok perfekt genau und dann das museum hinbauen das wird ja na gut jetzt ist jetzt ist es nicht mehr so medisch in der mitte aber das ist egal ok kann ich ja ja ich wusste es es müssen bereiche dazwischen gebaut werden es müssen bereiche dazwischen gebaut werden gut dann kann das erstmal weg das bringt mir nichts das war zwar voll verschwendung von materialien aber jetzt jetzt weiß ich es gut ich würde gerne ich glaube dass eine stoff ist jetzt ein bisschen zu weit weg ja ich verlage mal die beiden das ist ja mein hauptschiff mein erstes schiff das so ziemlich ziemlich viel damage aber als nächstes wird das hier losgeschickt auf der erkundungstour weil ich das auch brauche hier ist immer noch niedrig wieso eigentlich ich habe doch noch eine brauerei aufgebaut gut movement speed zehn prozent damage nur zehn prozent hat mir jemand für mich beste leute anzubieten die würde ich dann auch sofort abkaufen das sieht toll aus ok moving speed 15 prozent ignores speed loss show damage hit points self heal ok das sind die beiden ob du für mich irgendetwas schönes äh equipt ship cargo slot plus 20 loading speed nie das brauche ich nicht der hat glaube ich nur verträge für mich oder gut hier wo ist denn das hier ja moment speed ignores bieter stroke ok ja gut dann wollen wir erstmal hier hoch hast du was schönes für uns komm was champagne ja ich habe keins ich möchte keins abgeben ich habe doch bestimmt selber nicht so viel bald gut aber ich mach mal trotzdem ich belade mal trotzdem mein schiffchen so ein sieben da kann sich das hier auch schon mal auf dem weg hin machen ist zwar dämlich jetzt zwei schiffe da hoch zu schicken aber naja habe ich nicht aufgepasst wie geht es den leuten hier kein alkohol die sollen kaufen dann wie sieht es hier mit dem alkohol das droppt auch kartoffeln kartoffeln sind stabil aber dann brauche ich noch eine alkohol produktion um den ganzen wieder entgegen zu wirken das sind die ok da ist auch noch was das dreher wird es so positioniert ja machen wir mal ok so wie sieht es mit euch aus genau die sind jetzt alle vollständig bewohnt das reicht für mich auch nicht aus ach verdammt jetzt habe ich jetzt habe ich doch zu viele leute ja da muss ich wohl so ein paar häuschen hinbauen gut die sind schon sogar angekommen ja ja gut ich würde gerne den und den kaufen deswegen wäre es sind alles schiffe 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 self heal 100% self heal 300% hier trade genau so wieso 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 der damage wieso der damage wieso der damage verstehe ich nicht cargo wage ok ok verstehe ich nicht aber dann ist es halt so ähm ich würde gerne schauen wie ist es wenn ich das hier zerballer können wir kurz die schiffe anfangen zu greifen du kommst du kommst du kommst du erstmal hier hin äh minus zwölf leute immer noch habt ihr alles ja alkoholmangel was ist hier ok das pausier ich kurz wir haben kaum seil wir haben kaum alkohol wir haben gerade große probleme wir müssen eigentlich nicht am besten warten bis sie dann alles alles stabilisieren ja ja das kann ich das dem ich so kann ich gleich machen die kann ich gleich für euch machen so hm oh was ist das oh ein besuch sieht aus wie ein besucherschiff ich habe ich habe etwa besucher es war sehr sehr wenige aber ok ja meine attraktivität der stadt ist auch echt niedrig die ist auch echt auf einem scheußlichen level gut ich mache mal so und dann kann ich ja irgendwie mal schauen was kann ich schönes aufbauen äh hier vielleicht ich habe hier ich habe hier eine fontäne und dann ich habe hier eine fontäne und dann hier so vielleicht ist es ein kleines bisschen hübscher für euch dann was kann ich noch so hin pflanzen was kann ich noch so hin pflanzen gut ach ja ich glaube oh na 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 greif an wieso wieso schwimmt er so komisch wie wäre es wenn du dich einfach nur hinstellst da komm greif an wir sind ein millimeter außerhalb der range und greif an greif an tötet es und es ist versungen und ich mir das hier einsammeln Moment 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 ja nochmal ich kann ja nochmal das hier genau das Schiff hier wird schnell versenkt das wird das ganze Teil schnell weg machen Alkohol ist Oh Alkohol wird wieder produziert wie ist es mit dem Bier haben wir wieder Bier ja ich glaube es wurde eingekauft haben wir wieder Brot Brotproduktion steigt sehr gut Getreideproduktion steigt sehr gut Frustproduktion sinkt ähm wo bitte was wo wie das hier geht Alter ok Guck mal das ist das Krankenhaus wir haben zu wenig Krankenhäuser ja 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 mit was wo ok äh ne das lassen wir erstmal komm schon dreh oh du drehst kacke was ist da los nein nein komm schon was ist da los Moment Speed Minus ah es bitte nicht ok 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 weg da weg da weg da würd ich gerne nur die Güter einsammeln komm schon nimm das ich möchte nicht dass mein Schiff kaputt geht ok Kanonen nein du gehst da hoch hör auf hör auf ich hoffe irgendwas zu machen ok komm schon kill es und dann kannst du weiter noch ein Angriff dann hast du das hübsche Schiff versenkt ok das ist glaub ich hier kann ich oben nichts angreifen so dann nehmen wir kurz mal das hier mit uh das hat echt viel Schaden gemacht was was sind das jetzt alles ah Kanonen ok wir haben Kanonen eingesammelt wir brauchen uh ich brauch dringend ein neues Kanon ok wir brauchen sehr sehr viele Fenster und auch sehr viel Stein die Pest präsent sich aus illness ok hm gerade haben wir wirklich viele Probleme ok ja ich glaube ich habe sowieso ja zu ne zu viel Holz äh äh da lassen wir falsch zählen oder verkaufen genau gut das kann dann erstmal hier was 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 denn das hier wieso ist ein Totenkumpel illness meine Crew ist krank meine Crew ist krank geworden das ist sehr schlecht äh 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 was ist das Church ok ich kann ja eine Kirche für die erstmal bauen wie viel zwar ein bisschen an Stein aber ne drehen wir mal ja hier kommt eine Kirche hier hin dass wir dann hier die Stadt ein bisschen aufheitern ok ich hoffe oh ja sind nur noch nur noch drei da und mir fehlt jetzt fehlen nur noch die Glasfenster ich habe 21 40 brauche ich es sieht wirklich schlimm aus diese dieses hier hier gesegle von den oh ist es aber die Stadt ist riesig diese Stadt ist wirklich riesig genau die Kanonen kann ich kurz abladen nein so machen wir jetzt 10 äh wo ist denn die Kanonengießerei ich weiß nicht ob ich wirklich noch so viele ne ich brauche nicht so viel ich würde die gerne stoppen ist das die Kanonengießerei dann das hier hier das hier das wird pausiert gut haben wir ein paar Arbeiter mehr äh oh Krankheit ist weg äh was ist mit dir muss ich dann erstmal Illness wie kriege ich die Krankheit hier kuriert hä wieso haben wir keine öffentliche ähm um um ist okay bin etwas verwirrt wie kriege ich die Krankheit von dem Schiff runter warum es wieder nicht angezeigt oder ähnliches ist ne okay das ist dazwischen weg okay dann müsste das auch gewirkt sein oder hm äh versuchen wir noch eine Discovery Runde zu starten die Piranha das glaube ich genau so Dosenfutter haben wir sehr wenig Dosenfutter haben wir sehr wenig von Illness ginge okay das war das Ding Rationen Rationen auch Rationen ne ja so machen wir mal viel machen wir mal genau 50 ja das wird zu viel genau so 50 davon dann äh wir brauchen gehen das nicht wir brauchen Feuerkraft oder Face was war das war ja hier ähm wo ist denn das Schokolade äh Zigarren äh Fenster coole glaube ich oder ja hunting ähm und was ist bitte Face äh I hear strange stories about what statistics happened in the tower probably okay was hat das geholfen was was hat da noch gegen gegen gewirkt Getreide ne Steine Schweinchen Seife äh Stahl Kanonen Kanonen helfen noch bei allem Alkohol auch nicht Glas Chili con carne äh Holz anderes Holz Fische Fisch Kartoffeln äh rum das Klamotten Wurst 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 haben wir gar keine habe ich schon eine Wurst äh Stelle aufgebaut Wurst Brot Brot Start Expedition Wieso Schip ist infektet Ähm Und wie kriege ich die Infektion jetzt runter Schip ist infektion Schip ist infektet Ähm Wie kriege ich die Infektion vom Schiff runter? Was soll ich machen? Soll ich irgendwie keine Ahnung wegsägen Ich bin mehr als bereit Ich bin mehr als bereit Deine Leute sind wieder gesund Ja Deine Leute sind wieder gesund Ich nehme kurz die Schiffe Ein bisschen weiter weg Äh Und das hier muss gebaut werden Kann das? Nein Wir haben zu wenige Fenster Ähm Fleisch muss ja auch noch gemacht werden Wo ist denn die Fleischerei? Nein Hier nicht Das ist die Rum Herstellung Genau Die Wurst Herstellung Hier Machen wir mal hier Machen wir was anders Dreh ich mal noch ein bisschen über hier Pass das gut rein Ja Okay So Das sollte erstmal ausreichen Und das kann ich auch kurz hochpushen Okay Ähm Wir haben Wow Weswegen denn das? Achso wie in den Krankheiten Äh Die große Stadt stürbt mir gerade echt weg Hast du was schönes in der Vergangenen? Steine Hast du was? Ich glaube der hat nur Metalle Ja Mit dir kann ich handeln? Äh das war der Stahl Okay Okay Die beiden Schiffe haben Krankheiten Das sind die Krankenschiffe Ähm Alles ist nicht gut Äh wo sind die Stahlträger? Glaub ich hier oben Ich glaube der hat auch ganz wenige von denen oder? Ne Ganz viele Gut Dann können wir kurz erstmal hier hochsegeln Und die abgeben Ich bin verwirrt Ich weiß nicht wie ich das jetzt das Polynes behebt bekomme Ich brauche dringend mehr noch einen noch einen noch einen Krankenhaus Aber die Krankheiten brechen die ganze Zeit aus Die ganze Zeit Gut Du kannst dich erstmal darin stellen Etwas weit weg von meiner Stadt Wie schicke ich einen Arzt aufs Schiff damit der Die auf dem Schiff heilt Wird das damit was zu tun? Sailing Shipyard Arbor Office Äh Repair Station Pier Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Und wir sind jetzt alle aus Okay Ist mein Schiff schon angekommen? Die doch nicht Kann irgendwie sein Ja cool Die wurden jetzt geheilt Und auf meinem Schiff herrscht immer noch die Krankheit. Wer von euch hat Aids angeschleppt? Gruppen. Ich glaube, okay, gut. So, nur noch 10 von den Fenstern. Dann sollte es auch funktionieren. Ich muss noch kurz überprüfen, wie das mit den Ressourcen aussieht. Hier geht alles hoch. Rot geht etwas runter. Aber ich glaube, es liegt auch daran, wie ich zu wenig Getreide habe. Äh, zu wenig Mehl, genau. Ne. Ja, Mehl. Okay, eine Windmühle. Kann ich die... Wo kann ich denn am besten... Wo würde die kleine, süße Windmühle reinpassen? Die Putzimühle. Ich denke, so hier rein, oder? Ja. Ja. Eine kleine, putzige Mühle, die da jetzt vor sich hin arbeitet. Ähm... Steine... Ja. Seife... Uh, Seife ist niedrig. Seife und Eisen ist niedrig. Ähm... Schweinchen sind eigentlich dann ziemlich viele. Bier steckt an. Und die Döschen steigen dann auch ein bisschen an. Rum singt. Wieso? Wieso? Wieso passiert das die ganze Zeit? Komm schon, ich brauche nur ein paar Fenster. Ich habe Krankheiten mitgebracht. Ne. Gut, dann fahren wir kurz hier hin. Ähm... Castaways. Uh, da ganz unten. So, was hast du für mich zu verkaufen? Gar nichts. Hast du irgendwie guten Arbeiter? Äh... Das sind alles Schiffsladestellen. Habt ihr keine richtigen Arbeiter? Das sind auch alles Schiffstellen. Ja, alles für Schiffe. Du, die hat immer noch eine Krankheit. Wie kriege ich das weg? Vor allem, wie lange können die krank sein? Gut, in diesem Bereich. Das liegt auch daran, dass hier auch kein Krankheit raussteht. Sondern durch hier oben. Ah, Moment. Was ist das? Mobilize. Ah, sehr cool. Das ist sehr gut. Vielleicht hilft das jetzt ein bisschen. Gut, also... Das bringt hier gar nichts, dass das Schiff so weit weg steht. Das hat auch sogar... Hat das Damage gelitten, etwa? Durch die... Pest? Und bringt das was, wenn die... Ich weiß nicht, was die machen sollen. Soll ich auch ein von... Ah, nee, das ist, glaube ich... Wir haben zu viel Holz hergestellt und deswegen... Ähm... Ich lasse das jetzt mal so. Ich werde erst mal nichts wegnehmen. Ich werde es immer so lassen. Das ist... Gut. Bei dir wollte ich was kaufen. Oder? Ah ja, Stein. Ich wollte Stein kaufen. Und Stallträger? Nee, Stallträger habe ich genug. Dann kaufe ich 100 Stein. Äh... Gut, dann runter. Ja, jetzt müssen wir warten. Jetzt kann ich... Jetzt kann ich wirklich nichts machen. Okay, natürlich das hier ein bisschen erweitert. Aber ich habe alles. Ich habe... Nichts, was ich... Äh, ich kann nicht kriegen wollen. Okay. Äh, ich denke, ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Bin sehr ratlos. Ich werde vielleicht nachschauen, wie ich die Krankheiten auf den Schiffen heilen kann. Weil es keine Erklärung gibt. Und vielleicht mache ich noch einen kleinen Bug-Report für die Quests, wo ich die Schiffe nicht finde, die mir nicht angezeigt werden. Und ich werde mir noch einen Tee machen, weil ich überhaupt... Keine Luftklarne bekomme wegen der Erkältung. Gut. Dankeschön für die, die zugeschaut hat. Ich bin dann höchstwahrscheinlich in einer halben Stunde wieder am Streamen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.